Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, was hat sich seit letzter Woche getan? Nach den guten News und dem SEC-Urteil, wo ich immer noch so ein bisschen der Meinung bin, ich weiß nicht, ob das alles grundsätzlich so mega bullisch ist, natürlich alles oder wahrscheinlich sind keine Altcoins, irgendwelche Wertpapiere. Ich sehe das immer noch teilweise ein bisschen anders, deswegen habe ich auch viel Gegenwind letzte Woche bekommen. Auch viel Gegenwind von euch da draußen, wie konntest du nur verkaufen und sonst was. Damit muss ich erstmal klarkommen, aber gut, das ist meine Entscheidung. Jeder kann im Endeffekt machen, was er will mit seinen XRP-Token oder sonst was. Es geht heute mehr um den Charts und nochmal eine ganz kleine News, die wir uns auf jeden Fall angucken werden. Doch bevor wir starten, lasst dem Video doch wie immer trotzdem gerne ein Like da, abonniert den Kanal trotzdem, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr auf Updates, News und auch Tradesignale kommt da gerne rein, auf jeden Fall. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Also XRP hat sich sehr, sehr gut gehalten die ganze Woche. Trotzdem habe ich letzte Woche schon ein Video darüber gesagt, wir müssen immer mal noch so ein bisschen auf die Bremse drücken. Das hat einerseits natürlich den Zweck technisch gesehen, normalerweise werden solche Pumps, die wir hier haben, wir haben sie oft genug bei Doge gesehen, natürlich kannst du auch einen Dogecoin nicht ganz mit XRP vergleichen, das ist mir auch klar, aber wir haben oft genug gesehen, dass nach solchen Pumps normalerweise dann immer ein Dump wiederkommt. Dass diese Candle zu, ich sage jetzt mal 65 bis 70 Prozent immer wieder aufgefüllt würde. Und deswegen haben wir ja letzte Woche schon darüber gesprochen, wir haben das FIP-Level gezogen, von unserem Pump-Beginn bis zu unserem High, dass das Golden Pocket eigentlich so das Mindestanlaufdatum ist, wenn ich sogar das 0,786er bei ungefähr 0,57 US-Dollar sind, einfach damit wir diese ganze Range, die wir jetzt hier wieder neu anscheinend ausbilden, nochmal bestätigt würde und wir dann, sage ich mal, mit neuen Hochs rechnen könnten. Und die erste kleine Bestätigung haben wir dann gestern schon bekommen auf dem 4-Stunden-Timeframe, denn wir sind von unserem Pump bis zu unserem Low, was wir da letzte Woche gebildet haben, bei 0,66 in das Golden Pocket reingekommen. Das heißt, die Range zwischen dem 0,618er und dem 0,65er Fibonacci Retracement Level, dort sind wir gestern reingekommen, sind konsolidiert, haben nur die Wicks drüber gesehen, das heißt, die Liquidität über diesen Hochs abgegriffen und befinden uns jetzt leicht in so einer kleinen Dampfphase, wo ich dann schon wieder gehört habe, okay, 1 Dollar, wir sind auf jeden Fall da. Nee, wir sind genau ins Golden Pocket gekommen und scheinen jetzt hier erstmal so ein bisschen Konsolidierung zu sehen. Natürlich ist es jetzt noch nicht komplett bearish, wir müssen die ganze Sache jetzt erstmal beurteilen, denn es könnte auch sein, dass wir jetzt hier in Form einfach dieses kleinen Golden Pockets von dieser Aufwärtsbewegung hier einfach eine Bestätigung bekommen und dann einfach diesen Trend nach oben hin fortsetzen. Das heißt, für uns wird jetzt erstmal interessant werden, wie reagieren wir hier unten an der Marke von 0,76 US-Dollar Cent bis, ja doch, die Marke von 0,76 US-Dollar Cent, kriegen wir hier ein höheres Tief rein, wäre das Bullish und da muss aber auch dieses Hoch hier oben rausgenommen werden bei den 0,83 bis 0,84 mit mindestens einem Daily Close beziehungsweise mindestens 4 Stunden Close, Daily Close wäre besser, um dann nochmal hier die Hochs bei 0,94 bis 0,95 US-Dollar Cent anzugreifen. Also die Marke wird hier sehr, sehr entscheidend sein, weil sollte diese brechen, werden wir sehr, sehr wahrscheinlich die Richtung einschlagen, dass wir hier runter ins Golden Pocket gehen und dann, sag ich mal, hier versuchen, die neue Liquidität einzusammeln mit einem neuen Pump beginnen. Das ist jetzt erstmal so grob der Fahrplan. Dann gab es ja letzte Woche schon wieder so Dinge, wo ich auch gesagt habe, okay, wartet mal ab, dass die SEC vielleicht noch in Berufung gehen könnte und ja, Gensler sagte dann auch am 17. Juli, er sei enttäuscht über die Auswirkung, die die Entscheidung des Richters auf Kleinanleger haben könnte und die Kommission überlege noch, ob und wie sie weiter verfahren will. Natürlich ist es absolut lächerlich, solche Aussagen zu treffen mit, ja, Kleinanleger schützen und sowas. Das ist der größte Unfug, den man jemals gehört hat immer. Wen willst du da schützen? Schütze uns lieber vor anderen Sachen wie Korruption und sonstigen ganzen Scheiß, der da oben rumläuft. Also sowas ist halt einfach lächerlich. Ich vermute trotzdem, dass sie in Berufung gehen könnten, auch wegen anderer Kleinigkeiten, auch wegen der Ripple-Verkäufe an Institutionen und sowas. Kleinanleger und sowas, alles schön und gut, aber das mit den Institutionen, das ist halt immer noch das, wo ich sage, okay, wir müssen immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Es ist echt schön, vielleicht kam es jetzt eine Woche falsch rüber. Für mich als Investor freut mich auch, dass das Ding so nach oben gepumpt ist. Aber charttechnisch gesehen werden eben diese Pumps, die wir hier haben, meistens immer wieder gefüllt. Wir können das gerne bei Dogecoin mal ganz kurz angucken. Wie gesagt, man darf es nicht nur mit Dogecoin vergleichen, also vom Fundamentalen und sowas. Aber auch, es war das gleiche wie bei, wenn Elon Musk irgendwas postet, hier extremer Pump. Und dann ging es innerhalb von ein paar Wochen, wir schauen uns das mal an, hier am 3. April war das. Und wir waren dann hier am 22. April, also knapp drei Wochen später, waren wir am Pumpbeginn wieder. Also Ähnlichkeiten sind da, mal schauen, ob das dann wirklich so weit kommt. Aber ich möchte einfach hier nicht, dass ihr einfach zu permabull seid und ihr denkt, wir gehen jetzt hier Richtung 10 Dollar innerhalb von Wochen, weil das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Das glaube ich nicht. Wir können, wichtig wäre es erstmal Richtung 1 Dollar zu gehen, die 1 Dollar Marke zu festigen, psychologisch wichtig und dann können wir weitersehen. Aber dass wir jetzt hier innerhalb von Monaten Richtung 10 Dollar gehen, sorry, da habe ich teilweise Videos gesehen, wo ich mir dachte, jo, nein, übertreibt nicht. Aber gut, ich will mich da jetzt auch nicht weiter einmischen, das ist meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ist das auch okay für mich. Ich versuche das Ganze hier charttechnisch zu beurteilen. Golden Pocket rejected. Wenn wir jetzt hier das höhere Tief schaffen, sieht es weiter positiv aus. Brechen wir hier runter, sehe ich ganz klar die 0,65 bis 0,57 weiter als Einkaufspunkte für mich persönlich. Um dann, sage ich mal, oben wieder 100% raus zu verkaufen, ist mir dann auch Wurst. Aber hier, wenn wir jetzt hier eine neue Range bilden, ist es sehr, sehr gut, hier immer wieder kaufen und verkaufen zu können. Und ja, das ist nur meine Meinung dazu. Ich hoffe trotzdem, dass ihr trotzdem zufrieden seid mit der heutigen Aussage. Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich bin momentan immer noch eigentlich eher bullisch, was das Ganze anbelangt, solange wir keinen Bitcoin-Dump bekommt. Und wer die Videos frühest immer guckt, die traditionellen Märkte komplett am Pumpen. Korrektur möglich, Bitcoin-Korrektur möglich. Das zieht dann natürlich auch XRP runter. Und wenn ihr jetzt was richtig Bearishes noch sehen wollt, habe ich mir natürlich für den Schluss aufgehoben. Haben wir hier so eine Art Doppeltop, was ich nicht geil finde. Also finde ich charttechnisch nicht geil, aber einfach, um hier nochmal ein bisschen so den Bären raushängen zu lassen. Schauen wir uns das Preisziel hier dazu noch an. Und dann werden wir auch hier unten bei den 0,57 US-Dollar sind. So, genug Bearishes. Ne, Spaß, das war jetzt einfach, nehmt es nicht zu ernst. Das ist eine Möglichkeit, sollten wir dann mal hier runterkommen, aber das ist noch zu früh. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze weitergeht. Momentan sehe ich der ganzen Sache noch positiv entgegen. Schauen wir mal, wie es nächste Woche ist. Also, Like da lassen, Abo da lassen, nächste Woche hören wir uns wieder. Wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, kommt gut rum. Und wir hören uns dann nächste Woche zum XRP-Update-Video. Ansonsten täglich Bitcoin- und Krypto-Chart-Analysen. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.